Bleib daheim, stay at home. Liebe Breitsch-Familie, liebe Angehörige der FC Breitereien. Wir haben momentan eine Situation, die für uns alle ganz neu ist. Wichtig ist, dass wir in dieser schweren Zeit solidarisch sind und wirklich das befolgen, das uns vorgegeben wird. Die Spieler der ersten Mannschaft haben für euch ein Video zusammengestellt, damit es euch etwas Abwechslung in euren Alltag gibt. Im Namen der ersten Mannschaft wünschen wir euch und euren Angehörigen gute Gesundheit und nur das Beste. Stay at home. Who Breitereien? Hallo zusammen. Bleiben alle gesund. Und ich habe einen sehr speziellen und guten Fitnesstrainer. Schöne Natur aussen. Für mich allein das Schönste. Untertitelung des ZDF, 2020 Stay at home. 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 Hallo zusammen. Stay at home. Stay safe. Gemeinsam sind wir stark. Dann können wir gleich wieder zusammen auf dem Spitz sein. Hop, breite rein. Hu. Yea, ha. No, no. No, no. No, no. No, no. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.